Schwäbische Kunde Als Kaiser Rotbart lobesam zum heiligen Land gezogen kam, da musste mit dem frommen Heer durch ein Gebirge wüst und leer. Da selbst erhob sich große Not, viel Steine gab's und wenig Brot, und mancher deutsche Reitersmann hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pferden war's so schwach im Magen, fast muss der Reiter die Meere tragen. Nun war ein Herr aus Schwabenland, von hohem Wuchs und starker Hand, des Röstlein war so krank und schwach, er zog es nur am Zaume nach. Er hätt es nimmer aufgegeben, und kostet's ihm das eigene Leben. So blieb er bald ein gutes Stück hinter dem Heereszug zurück. Da sprengten plötzlich in die Quer fünfzig türkische Reiter daher. Die hupen an, auf ihn zu schießen, nach ihm zu werfen mit den Spießen. Der wackre Schwabe forscht sich nicht, ging seines Weges Schritt vor Schritt, ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken und tät nur spöttisch um sich blicken, bis einer, dem die Zeit zu lang, auf ihn den krummen Säbel schwang. Da wallt dem Deutschen auch sein Blut. Er trifft das Türkenpferd so gut, er haut ihm ab mit einem Streich die beiden Vorderfüße zugleich. Als er das Tier zu Fall gebracht, da fasst er erst sein Schwert mit Macht. Er schwingt es auf des Reiters Kopf. Haut durch bis auf den Sattelknopf, haut auch den Sattel noch zu Stücken und tief noch in des Pferdes rücken. Zur Rechten sieht man, wie zur Linken, einen halben Türken hinunter sinken. Da packt die anderen kalter Graus. Sie fliehen in alle Welt hinaus und jedem ist's, als wird ihm mitten durch Kopf und Leib hindurchgeschnitten. Darauf kam des Weges eine Christenschar, die auch zurückgeblieben war. Die sahen nun mit gutem Bedacht, was Arbeit unser Held gemacht. Von denen hat's der Kaiser vernommen. Der ließ den Schwaben vor sich kommen. Er sprach, Sag an, mein Ritterwert, wer hat dich solche Streich gelehrt? Der Held bedacht sich nicht zu lang. Die Streiche sind bei uns im Schwang. Sie sind bekannt im ganzen Reiche. Man nennt sie halt nur Schwabensstreiche. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF,